guten morgen miteinander es ist halb fünf ich bin fit wie ein turnschuh ja klappt es ruhig ich hätte noch eine stunde schlafen können aber naja was soll's wir müssen ja noch als mit dem lehrgut die warten ja drauf also meine lieben wir machen jetzt die abfahrtskontrolle dann schießt man hier los und dann denke ich dass man so um drei rum in elznitz also gegen 15 uhr werden muss sehen je nachdem wie sich auf der straße entwickelt lassen uns überraschen also meine guten vorwärts die pflicht ruft so meine lieben dann lasst uns mal losfahren mal sehen wie weit wir heute fahren zum pausen machen also die halt die dreiviertel stunde ich denke mal waldkater oder so waldkater würde das entscheide ich noch irgendwo da so in der dreherum und dann gucken wir mal was an schlafen zukommt auf der 7 dürfte eigentlich keine stadt mehr sein da ist ja die barstelle ist ja aufgehoben da dürfte sich eigentlich nicht mehr stellen da müsste es eigentlich flüssig laufen und dann auf der 9 wäre vielleicht noch ein bisschen aber bei bot dirnberg aber das werden wir sehen wir müssen uns nicht schätzen heute da ist ja da ist ja Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach, jetzt haben sie es sich abgewöhnt, hier die Dinger wieder neu zu kleben, weil sie immer wieder platt gefahren werden. So, dann geht es jetzt auf die Autobahn. In Eileschritt. Na, seht ihr den hellen Streif am Horizont? Es wird Tag. Es hat ja nicht lang gedauert, aber das war ja klar. Wir sind ja, wie gesagt, halb fünf, sind wir los, jetzt ist es sieben. So im Siebenraum wird es ja immer hell. Ja, so weit, so gut. Wir sind jetzt inzwischen schon auf der A27. Lang Wedel vorbei. Und schauen mal, bis jetzt lief es gut. Mal sehen, was auf der 7 dann ist. Aber ich denke mal, gesagt haben sie nichts. Ich denke mal, da wird nicht viel sein. Die Baustelle haben sie ja abgebaut. Zumindest die runterzu ist fertig, die Fahrbahn. Und hochzubauen sie ja noch die ganzen Begrenzungen ab. Deswegen stauze ich das hochzu noch ein bisschen, aber wir fahren ja heute runterzu. Also interessiert mich das ja nicht. Ach ja. Ein bisschen müde bin ich noch, aber ansonsten... Ansonsten bin ich gut fit. Dann schauen wir mal, was der Tag uns noch so bringt. Hoffentlich keine bösen Überraschungen. Ach ja. Ach ja. Gegen Müdigkeit ist noch kein Kraut gewachsen. Doch Kaffee und Tee. So, dann wollen wir uns doch dann mal den neuen Belag anschauen, den sie gemacht haben. Die Seite hier ist ja fertig. Wie gesagt, drüben machen sie noch die Leitplanken weg, die sie aufgestellt hatten. So zwischendrinne zur Spurtrennung. Weil der Hoch- und der Runterspur auf der ganzen Seite alles auf der Seite lief. Und hier müsste eigentlich jetzt alles gut laufen. Gestern hochzu war ein bisschen Stau, aber nicht jetzt der Rede wert. Also sagen wir mal, das war Bibi-Fax. Das waren nicht einmal fünf Minuten, die mich das zurückgeworfen hat. Und von daher alles im grünen Bereich gewesen. Wir haben es ja sogar locker mit vier Stunden acht Minuten geschafft bis hoch. Das heißt also, ich konnte dann gleich in die Pause gehen, ohne dass ich zwischendrin noch mal eine Pause machen musste. Wenn ich jetzt mit vier, neunundzwanzig oder so um gewesen wäre, dann hätte ich noch mal eine dreiviertel Stunde Pause machen müssen, bevor ich zum Parkplatz fahre. Aber so mit vier Stunden acht hatte ich alle Zeit der Welt rauszufahren auf den Parkplatz. Schön gemütlich einparken. Ach ja, es ist doch schön, wenn es hell ist. Wenn es ein bisschen hochnebel ist, aber ansonsten sieht es doch ganz gut aus mit dem Wetter. Es ist ja warm, haben sie gesagt, bis elf Grad. Also warm, also für die Jahreszeit verhältnismäßig warm. Wir haben jetzt Mitte November. Was haben wir heute überhaupt vor allem? Den zehnten, den elften? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was heute für einmal ist. Aber ich lebe schon wieder hinter dem Mond, ne, mit dem Toten. Naja, haben sie ja ihren Plan eingehalten bis November 2020. Sind sie ja voll im Plan gewesen. So, hier hat die Baustelle irgendwo angefangen, glaube ich. Oh, hier. Oh, hier. Okay. Auf der Gegenfahrbahn kommt gar nix, das finde ich sehr seltsam. Hier, guckt euch den schönen neuen Belag an, haben sie fein gemacht. Schön haben sie es hingekriegt. Da drüben räumen sie noch die ganzen Leitplanken weg und machen noch die gelben Strichle weg. Ist aber schon komisch, dass da drüben nix kommt. Die haben noch nicht die Autobahnen gestoppt wegen den Bauarbeiten. Kann ich mir nicht vorstellen. So schön glatt die Autobahn, kein Huckler, kein Ruckler. Dann wollen wir doch mal einen Bär überholen. Ach, da kommen wieder Autos. So, Verpackungsmittel Bär. So, Verpackungsmittel Bär. Und weil der Karte maten soll. So, dann möchten wir auch langsam mal dran denken, uns einen Parkplatz zu suchen. Es ist ja jetzt schon 3 Stunden 40. Haben wir noch eine Dreiviertelstunde. Guckt mal, was ich nehme bei Knusperer. Die sind lecker. Ich habe mein Käffchen hier stehen und greife immer mal in die Tüte rein. Richtig lecker. Weltbeste Spekulat, es hier es wohl gibt. So, wir fahren noch bis Marienborn. Dann machen wir dort unser Päuschen. Und dann geht es weiter. Dann düsen wir gar bis Elznitz, laden ab. Dann haben wir die Info gekriegt, dass wir gleich wieder laden und nochmal hochfahren dürfen. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, könnt ihr euch ja vorstellen. Ach nee, 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 nee. Mädel, Mädel. Da hast du dir wieder was ausgedacht. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. noch einmal dann nicht. Vielleicht rufe ich sie auch noch einmal an und frage, was sie sich dabei gedacht hat. Mal sehen. Das überlege ich mir noch. So. Vier Stunden sieben Minuten. Wir haben jetzt vier Stunden sieben weg und vier Stunden sieben haben wir noch. Ha, 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 ha. Das ist also genau die Mitte. Hier. Die stehen hier mittendrin. Das ist doch noch, wo wir uns hier an den Rand quetschen mussten, weil kein Platz mehr war. So, wie sieht's denn jetzt aus? Wo fahren wir denn jetzt lang hier? Hier einfach mal. Ein bisschen verworren die Verkehrsführung hier. Ach, da stellen wir uns doch gleich hierher. Hier ist doch Platz. So, Päuschen. So, meine Freunde, wenn wir schon einmal hier sind, Marienborn, dann kann ich euch auch gleich mal ein bisschen was von der ehemaligen Grenzübergangsstelle zeigen. Das ist ja alles hier Gelände gewesen. Guckt mal diese riesen Scheinwerfertürme an. Das war ja hier Tag und Nacht hell erleuchtet. Das ist ja alles Gelände gewesen, wo hier Grenzkontrollen stattgefunden haben. Also die Autos, die wurden dann von der Autobahn runtergeleitet. Zum Kontrollieren. Mussten ja alle hier durch. Und diesen Häuschen hier wurde dann kontrolliert. Mussten alle hier durchfahren. Gucken wir mal hier. Seht ihr das? Da sind solche Spuren. Und da mussten sie alle durch und sind kontrolliert worden. Ja. Ja, und dann gab es ja noch so einige Raffinessen, die direkt auf der Autobahn waren. Und da gehen wir jetzt gleich mal hin. Da zeige ich euch mal was davon. Also das ist größtenteils alles so geblieben, wie es war. Da ist hier im Prinzip nichts dran geändert worden. Das Dach und die Häuschen und da vorne das Dach und das ist alles original Grenzübergang der DDR zur BRD. So und dann gehen wir mal rüber. Da wo dieser Durchgang steht. So, da drüben seht ihr den Wachturm. Da haben die Posten drauf gesessen. Und haben mit ihren Ferngläsern Ausschau gehalten. Und dort ist auch noch der alte Funkturm. gleich links daneben. Guckt mal diese riesen Lampen an, diese riesen Scheinwerfer-Türme hier. Da haben sie schon ganz schön aufgewurzelt. Also war schon heftig. Ja, und was liegt halt näher, als das jetzt hier gleich als Rasthof zu nutzen. Das ist ja logisch. So, und jetzt gehen wir mal hier in das eingezäunte Gelände rein. Vielleicht kann man ja auch mal dort hochgehen. Das werden wir sehen. Das probieren wir mal aus. Hier haben ja auch die Posten gestanden. Musste ja alles runter von der Autobahn. Die Autobahn war ja im Prinzip gesperrt. Und das wurde alles hier über dieses Gelände geleitet. So, was ihr hier seht, ist eine sogenannte Rollsperre. Ich glaube, die Sonne stört. Da müssen wir mal auf die andere Seite gehen. Da sieht man es besser. Ja, genau. Also das ist eine sogenannte Rollsperre. Die wurden, wenn jemand in Gefahr bestand, dass jemand durch die Grenze durchbricht, wurden die quer über die Autobahn geschoben. Also, da lese ich euch mal noch was dazu vor hier. So, die massive Rollsperre aus Stahl ist das letzte Element im gestaffelten System von Ampeln, Schranken, Schlagbäumen und Rollsperren, das Grenzdurchbrüche mit Fahrzeugen verhindern soll. Im Alarmfall rollt die auf Schienen gelagerte Sperre in wenigen Sekunden auf die Straße. Sie ist in der Lage, einen 50 Tonnen schweren LKW in voller Fahrt zu stoppen. Also, wisst ihr Bescheid, ne? So, und hier hat einer mit einem W50 versucht, die Rollsperre zu durchdringen. Natürlich hat das nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. So sah der W50 dann hinterher aus, als er gegen die Rollsperre geknallt ist. So, und jetzt gucken wir mal hier hoch, beziehungsweise mal hier rein, mal gucken, ob man hoch kann. Ne, es sieht nicht so aus, da ist Stacheldraht. Also hoch kann man auf jeden Fall nicht. Hier auf dem Dings haben auch die Wachposten gestanden und haben Ausschau gehalten nach eventuellen Grenzdurchsprechern und allen möglichen anderen Leuten. LKW und Transporter, die die DDR in Richtung Bundesrepublik verlassen müssen, unter der sogenannten Beschaubrücke hindurchfahren. Ein Posten auf dem Brückensteig prüft beim Vorüberfahren, ob Dächer oder Wagenplanen beschädigt und Flüchtlinge oder Schmuggelware an Bord zu entdecken sind. Also da standen hier die Posten oben drauf. Dann sind die LKWs hier durchgefahren und die haben von oben geguckt, ob irgendwie das Dach kaputt ist, das vielleicht irgendwo einmal sich versteckt haben könnte. So, hier kann man natürlich nicht hoch, das finde ich schade. Ich wäre gerne mit euch hier hochgegangen, aber ihr seht hier, das ist übrigens der Original, das ist der Original Grenzzaun hier, dieses Maschenbeflecht. Das hat sich über Kilometer und Kilometer an der Grenze entlang gezogen. So, mal gucken, ob wir hier hochkommen. Ne, kommen wir auch nicht. Hier ist auch so ein Maschenbeflecht. Und ja, schade. Ich hätte es euch gerne mal von oben gezeigt, aber es geht nicht. Hier sind die dann hochgeklettert und haben sich dann da oben drauf gestellt. Also es ist alles abgespart hier. Ja, wegen der Unfallgefahr wahrscheinlich. Ihr wisst ja, da gibt es Bestimmungen. So. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Eigentlich nichts weiter, ne? Das ist ein ganz schönes Riesengelände hier. Ich finde es schon gut, dass sie das jetzt hier als Rasthof nutzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn solche Riesenklopperlaternen, ne? Da wisst ihr, wie es hier nachts ausgesehen hat. Alles Tag hell. So. Das war eine kleine Grenzübergangsbegehung. Mehr kann ich euch da im Moment nicht dazu sagen, weil ich auch nicht so richtig Bescheid weiß, ne? Ich kann euch auch nur das erzählen, was ich hier jetzt gelesen habe. So. So viel dazu, Freunde. Mehr kann ich euch dazu leider nicht sagen. Aber da gibt es bestimmt bei Google Möglichkeiten, sich zu informieren. Aber ehrlich gesagt habe ich da heute Morgen keinen Bock drauf. Also wer mehr darüber wissen will, Doktor Google weiß Bescheid. Ne? So meine Guten, gehen wir zurück zum Lkw. Wird dann auch bald meine Pause rum sein. Das ist schon ein Wahnsinnsgelände hier, ne? Ich möchte nicht wissen, wie viel sie hier erwischt haben, die versucht haben durchzubrechen. Wie gesagt, die mit dem W50, die sind an dieser Rollsperre gescheitert. Den einen haben sie dann erschossen. Waren wohl zwei hier drin im Auto, so wie es da dran stand. Einen davon haben sie wohl erschossen. Wenn die schwer verletzt sind, verstehe ich zwar nicht, wieso man die dann noch erschießen muss. Aber, naja. So war es halt, ne? Das war halt unser Regime damals. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ja. Und hier das Gelände kann man, glaube ich, besichtigen. Aber nur zu bestimmten Zeiten oder eine Gruppenanmeldung oder ich weiß es nicht. Jedenfalls würde ich sagen, das was wir gesehen haben, reicht ja eigentlich. Mehr braucht man nicht sehen. So meine Guten. Unsere Pause ist rum. Jetzt fahren wir gar den Rest bis Oelsnitz. Und dann müssen wir wieder laden für Emden und nochmal hoch. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Das heißt, wir kommen wieder erst Samstag heim. Das ist doch nicht normal. Ach, ich hoffe, unsere kleine Grenzübergangsbegehung hat euch gefallen. Im Moment ist die ganze große Gedenkstätte leider geschlossen. Die ist normalerweise täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Aber leider ist sie im Moment geschlossen wegen der Carola. bis 30.11 erst mal, wenn sie dann wieder auf ist und wir haben die Zeit, wenn wir hier mal wieder eine dreiviertel Stunde Pause machen, dann werde ich euch mal durch die große Gedenkstätte führen. Dann machen wir da mal eine Begehung. Das war jetzt erstmal bloß eine kleine Exkursion. Kleiner Vorgeschmack auf das, was irgendwann mal kommt. Ich kann es euch nicht versprechen wann, weil ich nicht weiß, wann die wieder aufmachen. Aber ich werde es im Auge behalten. Da gehen wir nochmal durch. Ein Frosch. Ständiges Kratzen im Hals. Frosch. Ein Frosch. Mein guter, das ist aber auch nicht gerade feine Englische. Alter Franz, das waren ja keine zwei Meter. Jetzt hoffe ich, dass nicht so viel Betrieb ist, dass es schnell geht. Wenn wir jetzt hier ewig stehen, dann haben wir natürlich Pech. Das ist klar. So. Also dann, bis später. Oh, ist ganz schön was los, mein lieber Mann. Ne, es geht. Dreier. Werner fährt gerade raus aus der Halle, oder? Was macht denn der? Ne, die fahren alle weg. Zweier stehen da. Es geht ja noch. Komm raus. So, na dann, wollen wir mal. Ach, hier steht schon der Rundläufer. Schau an. Der will auch gleich rein. Wie steht denn der beschissen da? Ach. Ach. So. Oh Mann. Weil der so beschissen da steht. Kannst du nicht richtig ran fahren, weil du um den rum musst. Wenn er sich wenigstens gescheit hintergestellt hätte. Aber da steht er noch halb in der Eck drin, ne? Ach ja. Auf der Verladezone auch noch. So, und ich habe jetzt den Plan gefasst, wir fahren gar nicht durch Plan durch. Wir fahren gleich wieder über die Autobahn, wie letzte Woche. Mal. Gleich wieder auf die Autobahn. Wieso ist denn der Rundläufer jetzt erst da? Der ist doch normalerweise, muss der doch schon eher jetzt sein. Naja, ist mir auch egal. Geht mich nichts an, wann der Rundläufer da ist. Solange er mir nicht im Weg steht, wie gerade eben, ist mir das wurscht. So, jetzt fahren wir bis Hermsdorf, tanken noch. Und dann machen wir Feierabend. Machen wir bloß neun Stunden Pause. Da haben wir die Chance, dass wir keinen großen Stau haben auf der Autobahn. Und dann müssen wir halt vom Freitag zum Sonnabend elf Stunden Pause machen. Nützt ja alles nicht. Die zweite Elf Stunden Pause muss ich ja machen. Aber am Ende ist es egal, ob ich sie jetzt mache oder ob ich sie am Sonnabend mache. Die Zeit ist so und so dann weg. Egal, wann ich sie mache. Das ist rum wie nur ein Wurscht. So, meine Lieben. Jetzt stehen wir in Hermsdorf. Jetzt ist Feierabend. Und ich habe euch doch versprochen, dass ich euch mal den voll stromlinienförmig verkleideten Truck zeige. Den Effizienti Truck. Hier steht er. Ist zwar jetzt dunkel, aber vielleicht kann man es ja erkennen. Der hat hier unten, hier unten, hat der noch einmal Blechverkleidung. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht jetzt bei dem Licht. Wahrscheinlich eher nicht. Ich muss das noch einmal machen, wenn er tagsüber mal da ist und ich. Also der hat hier überall noch so Bleche dran, die hier die ganzen Räder verkleiden. Und das tut nämlich auch noch einmal Windfang wegnehmen. Ist windschnittiger. Also wie heißt es so schön? Stromlinienförmig. Ja. Und die Klappen kann man nämlich hochklappen, wenn man Radwechsel machen muss. Die kann man einzeln, glaube ich, sogar hochklappen. Weiß ich nicht, aber ich vermute es mal. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das ist eigentlich keine schlechte Sache. Man muss halt alles immer mal ausprobieren, wie man Sprit sparen kann. So, meine Guten. Aber jetzt ist endgültig Feierabend. Ich werde jetzt noch ein bisschen was essen. Noch einmal nach euren Kommentaren schauen. Und dann geht es in die Haier. Morgen früh um drei geht es wieder los. Ich bitte euch alle, morgen früh pünktlich zu sein. Wir haben morgen Stress. Wir müssen zügig oben in Emden sein, dass wir ganz schnell wieder in Ruhezeit kommen. Damit wir dann in der Nacht schnell möglichst wieder nach Hause fahren können. Also, wisst ihr Bescheid, ne? In diesem Sinne, staunt knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stuhlstangen sauber. Gutes Nächtle. Und tschüss, bis morgen früh um drei. Bis inszed facil. Ciao. Im provincial intuitiv Ein erfolgsgeräusche.